ich nehme mal mit so lange ich kann okay das war schrecklich und ekelhaft und damit willkommen zu einer weiteren folge super mario maker mit mir dem terminus unter der vorletzten folge glaube ich wurde mir ein kommentar geschrieben ich soll mal level von ihm machen und die mache ich jetzt also schaue ich mir und er hat eben schon ein paar gemacht selber auf seinem youtube kanal den ich wahrscheinlich verlinkt habe wenn ich steinig mich hat er glaube ich videos zu dem level jeweils gemacht wo ich halt auch den level code habe aber ich habe die videos nicht angesehen um mich nicht zu spoilern und ja ich probiere es mal ich sehe auf jeden fall schon die speicher flagge kann man noch was erkennen man erkennt nicht so viel spielen wir einfach mal einfach spielen die ideas stehen natürlich hier immer dran das müssen ich muss aufpassen ein und nein lass mich so ist gut okay das war fast daneben krieg ein pilz das hat da aufgepasst frage ich mich gerade ob man damit scheiße bauen kann da war schlecht gut perfekt erst mal dich weg machen dass ich hier ungestört rüber kann die feder holen passt was was aber so funktionieren doch die kreissägen so wie meine ich das jetzt einfach hoch springen meinst du ja gut ist halt auch die lösung eigentlich bist du erst mit der kreissäge gehen also eigentlich eigentlich muss ich hin das lässt einen genau darauf landen dass ich habe das habe ich gesehen okay die feuer werde mag ich nicht ich habe bis mich dort und lasse ich mein leben interessant da kann dort und her und das ist vorher ich habe ein bisschen angst was das feuer konzentration hat mir das irgendwas zu sagen wenn ich die patzer mit ihm sollen okay interessant interessant gehen wir hier mal safe entlang ich glaube das nicht safe ich glaube das nicht safe safe genug okay bowser schießt hier vielleicht ist das ja der richtige weg ich weiß es nicht auch gott hier ist viel schild hier ist viel schild das haben wir bruder wenn ich einfach durchgehen müssen aber es ist schlecht einfach durch leider war zu hoch scheiße da hätte ich auch den safe weg gehen sollen glaube ich oder ich halt jetzt dauert ein bisschen länger habe ich das gefühl und ich muss aufpassen dass ich hier nicht gleich total scheiße bau zum beispiel so bester safe weg einfach verkackt ach egal okay das wüsste ich nicht wieder das jetzt besser machen sollte aber ich klicke sowieso so ein ding es gibt jetzt mittlerweile was ich ja schon im video gezeigt habe diese geilen feuerfliege dinge ich frage mich wann man die freispiele oder ob man einfach den hier schütteln muss einfach schützt verpiss dich ich hoffe nicht gegen die kreisigen fahren das mag meine gerätschaft hier nicht so doll okay wenn ich hier durchgehen dann bin ich ja okay ich hätte auch da oben aber ich weiß nicht weiß ich natürlich nicht okay das ist interessant gemacht okay interessant gemacht ist ein kleines labyrinth level habe ich so das gefühl weil ich ja manche wenig gehen musste fand ich aber interessant kann man gern mal machen nehme ich auf ja sowohl spieler als auch stimme herz aller liebst dreh dich kleiner kreis drehe dich fand ich gut kann man machen very fun level well designed and fun keep up the good work and have fun fun is good ja fun macht spaß die id wenn ihr das spielen wollt dann guckt da weil ich die wahrscheinlich nicht einfügen werde feuerblumen ist auf jeden fall großzügig oftmals bisher okay was ist keine wand kuribu schuhe vielleicht sollte ich auch den mitnehmen ich war hin wobei fliegen eigentlich die besser reaktive was das denn sehr so egal muss ich nach rechts nein du bringst mich um ich weiß nicht was passiert ist meine freunde ok feuerblumen brauche ich auf jeden fall ja was ist das für blöcke da oben ok nichts was mir irgendwas sagt vielleicht soll ich einfach nur angekohlt aussehen ich weiß nicht ob ich da nach links muss bei den leveln von ihm weiß man recht selten ob es jetzt ein richtigen weg gibt so jetzt komme ich durch jetzt habe ich angst ehrlich gesagt komme ich dann mit dem ding durch oder muss ich da ohne durch ich nehme es aber mal mit so lange ich kann ok das war gerade schrecklich und ekelhaft ich kann weiter ja du ich glaube ich sterbe das ist auch gerade passiert gefällt mir nicht so sehr ich habe inaktiviert ja ok da war fast gut bis auf ich hatte dass das nicht war ja erwischt ich weiß nicht ob ich das ding bis jetzt noch wie halten sollte das ist das was ich wissen will möglicherweise nicht okay aber nicht durch solche wolken benutzen oder verpisse ich mich einfach interessant so einfach langsam durch dann geht das okay das ding reiß ich in den tod dann geht alles total sie sie und feuer blume kriege ich auch die ob uns relativ einfach aktiviert spring mario ich bleibe so ist gut ich glaube dass es reicht schon warte warte was noch einmal geht einmal geht noch dass ich da auch locker in sie durch kann da kommt noch ein pilz raus wie wir wissen die wolke oder dich ich glaube ich nehme dich mit und warten noch eine runde von dem feuerball ding sie nein nein na gott ok geht noch voll klar jetzt ganz sachte was wird da oben jetzt böses auf mich warten dass auf mich unterstößen mich tötet nichts aber wir sind bewusst ja da kommen ketten hunde raus ja das ist eine wand ok da muss ich nicht wo muss ich denn hin muss ich durch die röhre mein weg ist alles zu finden hallo nein ich will nicht töten nochmal der ist weg oder hätte ich ihn jetzt gebraucht wow ne ich muss nach links schild sagt links ich glaube dass er den checkpoint vertragen bevor ich jetzt irgendwas unglaublich blödes mache ich kann ihn also dazu forsten dass er sich selber angreifen kann ich das aufnehmen tschüss was als nächstes was als nächstes ok ja wie weit muss ich noch ok den kann man aber ausweichen sie kommen da auch nicht mehr hinterher weil ich bin schloss unterwegs soll ich nur aufpassen dass ich nicht in den nächsten ein fahrer also fall weil das was gut ist soll durch die röhre geht weg das war schön hat mir gefallen ich glaube ich mache noch ein level wenn ich das so ein bisschen zusammenschneid dann haben wir die folge und ich kann ja beim nächsten mal noch weiter von ihm machen das habe ich gesehen scheiße warte ne 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 hier lasse ich mich nicht um mein ding betrügen bringt auch nichts dann nicht wollte nur nachgucken cool das wird diejenigen ab nein mario kein ansprung ausnahmsweise bin grad nicht im ach scheiße ok im endeffekt war es vielleicht doch keine gute idee mit dem kuba panzer kann er mir böses tun ich weiß es nicht guck mir ob ich mal hier durch will gucken wir mal bisher wäre ich so sagen wir es so oh 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 ok ok das ist gefährlich mit dem ganzen starr wow hätte ich kommen sehen müssen oder hätte ich kommen sehen müssen aber man wird wie soll ich denn da durchkommen muss ich nach links oder komme ich von links theoretisch siehst aus als kann ich gerne nach links wenn ich will oder sollte ich das aus prinzip lassen wow 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 ok ja 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 springen doch das ganze level basiert so ein bisschen darauf die helikopterlinge gut zu nutzen und darauf dass wenn man sie nutzt doch stimmt okay ich muss auf dir stehen freund kein problem das muss doch kopfschmerzen er kann mich aber nicht erwischen schon oder ja rät weiter ha raum gelöst und zack fand ich aber ein schönes level ich verstehe den aufbau meistens nicht also er setzt die türen gekonnt ein dass ich keine ahnung habe wo ich bin aber ich komme zum ziel und das ist gut ich frage mich immer ob ich irgendwelche abzeigungen nicht nehme die ich nehmen könnte ich habe rekord gemacht ja finde ich aber gutes level und ich würde sagen wenn nichts weiteres und dann den kommentaren kommt mache ich einfach noch ein paar level weiter drillman stage kann das sein dass das von megaman ist finde ich cool wenn man sowas nachbauen kann aber egal terminas raus und schutz huuuu k norm und du w b